So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde TTT mit allen aus der letzten Folge. Innocent, Innocent, Headbreathers bei mir. Hey Dave 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 Dave. Kurgas bei mir, Headbreathers bei mir, ich bin Innocent. Es gibt keine, es gibt keine, äh, kein Detektiv. Blablablabla, Mensch wäre noch bei mir. Stimmt, da hat die Einstellung geklappt. Da hat die Einstellung geklappt. Sei dank, Alter. Keine Detektivs, endlich. Leute, wo seid ihr? Ich hab Angst. Unsuk ist hier bei mir. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh Gott. Jemand hat auf Bellen geschossen. Ich will da, Vorsicht, Vorsicht. Jemand hat auf mich geschossen. Akato, oben. Ich hab aufs Fass geschossen. Hat Headbreathers wieder hier. Der Mainstreamer schießt. Hä, Akato ist tot, ne? Ne, doch nicht. Der Mainstreamer ist es. Mainstreamer ist es. Mainstreamer ist es. Wo bist du denn, Dave? Wo ist er? Hier bei Prinz Luke. Moment, warum willst du das wissen? Ah, aber hinter mir. Dave, Dave, Dave. Nee, nicht Dave. Ich kann dich nicht sehen. Markus, 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 Markus. Hä, Markus? Ich war nicht mal bei dir. Ja, nicht gerade. Wo bist du denn? Warte. Komm von dir gleich, ich bin's. So, Leute, nicht wundern, wenn ich zwischendurch... Ja. Okay. Du bist es nicht. Mann, was hast du getan? Wer sonst? Vor allem, vor allem, Markus. Markus, das war so ausfällig. Ich dachte so, du unterstützt mich von da oben. Warte, ich hab Dave getötet. Wo bist du? Leute. Und vor allen Dingen anfangen, Akato ist tot. Ich war überhaupt nicht tot. Nicht ansatzweise. Ich hab Dave getötet, Akato. Ja, ja. Ich hab Mainstream aufs Korn nehmen wollen. Der war hinter diesem Bau. In dem selben Moment krieg ich so ab. Aber man war viel zu viel auf dieser Erlichtung los. Deswegen konnte ich jetzt nicht bestimmt wer es war. Ja. Echt groß, da hast du auf Dave geschossen. Weil er halt genau da kam in der Ecke. Könnt ihr mich jetzt eigentlich hören? Ja. Ja. Okay. Also du musst, weißt du wie die Konsole öffnest? Im Hauptmenü einfach oben drüber über den Buchstaben. Genau, da ist ja dieses Dachzeichen unter dem Escape. Und dann machst du die Konsole auf. Kato bei mir. Mails schon mal bei mir. Oh. Mails wieder. Noch einmal, ne? Hä? Ich hab doch gar nicht geschossen. Hä? Wer hat denn dann... Wo kam der Schuss her? Soll. Headreader ist auch hier. Kato ist hier ne Waffe. Ja? Tom, komm mal her doll. Markus ist bei mir. Chris ist direkt. Chris ist direkt. Okay. Bendy was ist los? Kuh? Jetzt sind viel so viele Leute hier wieder das macht mich nervös. Mach zu. Mach zu. Dave. Dave. Mach zu. Ich komm noch hier. Ich komme noch hier. Wo ist denn der? Ich wollte Traitor-Vertrauenstest machen, ich hab offensichtlich die falschen Leute dafür ausgewählt. Mal dabei Traitor. Das dachte ich mir. Ich dachte ich bin halbwegs sicher, weil zwei Leute im Raum sind. War ungünstig. Na gut, war ne schlechte Runde. Auf jeden Fall. So, dann würde ich jetzt auch nicht wieder Traitor und kann den Carl nicht schon klicken. Ich hab gerade erst gemerkt, dass mein Headset noch aufs Traitor ist. Sehr gut. Hey. Hey, ich will die gar nicht. Waffe. Waffe. Hilfe. Hu. Gar nicht hier. 1, 2, 3. Ich bin bei Carl, nur falls ich gleich tot bin. Geil. Ne Shotgun. Also ich bin bei Akato. Ja, das ist richtig. Ich bin vertrauisch, der ist nicht Traitor. Ich will mich immer umbringen. Ich setze mein ganzes Vertrauen in Akato, dass er mich beschützt. Also ich hätte gerade schon Kopfschuss verfassen können. Also seid ihr beide Traitor. Ja, natürlich sind wir beide Traitor. Geh mal bitte von dem Feuerfass weg. Ja, wir sind beide Traitor. Danke. Wer war das? Ich hab aufs Feuerfass geschossen. Ich hab dich gewarnt. Ich soll zwei weggehen. Und hier ist noch eins. Feierfass? Feierfass? Ja, guck mal hier, da ist ein Flammensymbol drauf. Geh mal. Genau. Eile. Guck mal. Hier ist ne versteckte Höhle. Mainstreamer auch. Mainstreamer auch. Mainstreamer auch. Manstreamer auch. Manstreamer auch. Höhle? Geh weg. Geh weg. Alles gut, alles gut. Warte, warte, ich will, wie viel Sinn wir da oben ist. Luke? Leute. Okay, warte, warte. Wer schießt ja mich, hab ich keinen Bock drauf. Okay. Hey Luke, du bist Zeuge. Der Hatebreeder und der Mainstreamer waren hier bei mir. Das. Ja, jetzt. Ja. Und Mainstreamer. Warum explodiert alles mögliche? Kurgas auch hier. Hier sind viel zu viele Leute. Das ist mir viel zu sehen. Ich halt mich jetzt einfach mal an, Chris. Für mein zartes Gebet. Ich glaub das ist keine gute Idee. Hm. Ich nehm da oben schon beieinander. Markus? Jemand ist hinterm Haus und schießt gerade. Links oben. Hinterm Haus wieder. Warte, ich bin vorm Haus. Ich bin vorm Haus. Hier. Da haut jemand gegen das Holz. Das ist ja... Sieht aus, als könnte man das einschießen. Markus, da oben ist Markus. Das ist Chris und äh... Kann irgendjemand jetzt mal sterben und den confirm? Ja, ich bin Schalter. 100% halt auch. Safe. Ne, wieso? Warum hat jetzt Chris gewonnen? Chris und ich sind da. 100% confirm. Ja. Safe call halt. Ich hau auch gegen. Moment. Ja, ich dachte... Also das sieht so hell aus. Ich dachte, das kann man einhauen. Weißt du? Was? Was macht ihr hier? Hey, wie kommt ihr überhaupt hinter das Haus? Wir öffnen eine Tür. Achso. Das geht nicht. Schade, eigentlich. Was seid ihr denn? Hey, Bruder. Da meint keiner Muni da. Kann man da durch irgendwo? Nein, leider nicht. Wir waren trotzdem da mal aus. Ja, wie könnt ihr eigentlich hinter das Haus? Wie geht denn das? Na, dann warte mal weg. Chris? Ja. Kuga ist tot. Kuga liegt hier oben tot. Wo? Akato hier. Gott, die sind viel zu viele Leute. Hä? Ich hab Chris verloren. Ich bin hier. Ja. Bei dem Mainstreamer war nur hier. Und der Head-Reader. Und der Head-Reader. Ich war grad beim Head-Reader hier hinten. Okay, aber wenn Mainstreamer allein hier war, okay, dann schieße ich jetzt auf mich. Hä, ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. Ja, ich schieße jetzt auf mich. Okay, ich bin kaum. Was habe ich getan? Weil du inno bist, können die anderen mich danach erschießen. Ich bin leicht empfangen. Ich bin leicht empfangen. Markus, 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 Markus. Ich glaube, ich... Es ist viel zu viel los. Das hat mich bewegt. Nein. Wer war's denn jetzt? Wer war's denn jetzt? Wer war's denn jetzt? Ich und Karl. Ich wusste, ich hatte dich zweimal im Visier schon mit einem Headshot, Karl. Aber ich hab's nicht gemacht, ey. Und ich hab dich weggesniped. Karl war Mainstreamer, ne? Ich hab mich so geärgert, Mann. Ja. Okay. Wusste ich's doch, ey. Digi, hast du's geschafft? Man kann nachladen? Ja, mit der. Ja. Okay, bei mir. Ja. Okay, bei mir. Ein Shooter, bei dem man nachladen kann. Das ist unrealistisch, Alter. Das ist total oldschool. Okay, diesmal halte ich mich an Markus. Ja, bitte nicht, Alter. Ist sterbisch. Das an mich halten hat dir wohl nichts gebracht. Oh mein Gott. Ich hab ne Shotgun. Ich hab ne Shotgun. Markus, komm mal her. Momentchen mal. Momentchen mal. Okay, ich bin in der Zeit. Ich geh mit Markus. Eno. Eno. Markus. Ich geh mit Markus da oben. Mach jemand. Aua. Und Bemi ist da. Geht weg von den Feierfestern. Geht weg von den. Mainstreamer, Prinz Luke bei mir. Danke. Leute, ihr seid... Also ich geh mit Markus hinterher. Warum schießt ihr hier? Feierfest auf. Ein Fässer explodiert. Alter. Das ist gefährlich. Ist da in der Stadt jemand? Ja, was? Ja, ich bin oben auf dem Schießstand. Achso, ihr meint ihn. Achso. Hallo. Mainstreamer. Okay. Ich will mal kurz sagen... Ich bin immer... Ich bin immer... Markus. Ah! Sonst Lukas hier. Alter. Wo ist Markus hier? Markus ist jetzt hier lang. Hier lang? Okay. Da drüben am Tunnel, wo die Züge sind. Hier Leute, wie komm ich hier raus, wenn ich hier hinter den Zügen gesporne... Dein ist? mein Markus... äh warte... Hast du? Dein... Dein... Ja, Niggi ist dabei jetzt. Du bist dabei. Hab' ich schon gesehen. Das machst' du da? Ich geh hier über die Baumstall dabei. Ganz friedlich. Töte mich einmal. Hier ist Markus. Nein, wir töten dich doch nicht. Nein, wir töten dich doch nicht. Ich hab keine Ahnung, wie das geht! Ich würde niemals eine Frau töten. Also wenn du Traitor bist, musst du alle Innocenten töten. Wenn du Innocent bist, musst du versuchen rauszufinden, wer Traitor ist, und die töten. Kann man die irgendwie... Ich bin mal hier drauf. Au! Wer war das? Wer war das? Ich häng irgendwie fest. Scheiße. Ich häng fest. Kacke. Alter, ich krieg gleich noch mal richtig einen drauf. Okay, Misty. Also Mystery is safe. Safe Traitor? Alter, kann man hier rein? Ja, keine Steuerung. Versteck dich. Du musst dich wehren, wenn ich auf dich schieße. Willst du nur Wasser? Ich glaub, Teeny is Traitor. Dave ist, Dave! Ey, irgendjemand hat grad Niggi weggeknallt. Vor meinen Augen. Wer war das? Das klingt ja versaut. Oh Gott, bitte. Mensch, du überschießt. Du hast ihn doch grad erschossen. Du hast doch grad nachgeladen. Ja und? Ja, warum musst du denn nachladen? Ja. Dieser Schlussfolgerung kann man nichts mehr entgegenwerfen. Okay. Markus? Chris? Ja? Wir sind übrigens drei Traitor, ne? Drei Traitor? Wie sollen wir das denn schaffen? Als Innocenzen? Können wir denn bitte, wenn wir Drei Traitor sind, Drei Traitor, einen Detektiv machen? Nein. Ja, aber mit so vielen Traitern, da haben wir Innocenzenz echt einen Nachteil. Boah, shit. Aber es ist ein Eis gestorben, ein Traitor. Das tut mir so leid eigentlich, ich wollte das eigentlich nicht. Also Niggi, kennst du das Prinzip von TTT? Niggi? Jetzt darfst du wieder. Anscheinend zwischendurch immer Probleme. Also ich hab's ja grad schon gesagt, also wie gesagt, wenn man innocent ist, einfach versuchen rauszufinden, wer Traitor ist. Wenn man Traitor ist. Kann ich das sagen, wenn ich's will? Ja klar, du kannst behauptungen aufstehen. Also du kannst sagen, ich glaube der und der ist Traitor, weil... Ja, weil der mich angeschossen hat. Genau, genau. Wenn du jetzt siehst, ich hab dich jetzt angeschossen, dann ist es aus seiner Seite Schluss. Genau, denn einfach, bevor du stirbst, einfach rufen, wer dich erschießt. Ah! Ah! Hatebreeder bei mir. Ich bin innocent, der Hatebreeder ist bei mir. Ich bin innocent. Wie sagt man das? Mystery ist auch hier. Wir wissen das natürlich nicht. Und wenn du Traitor bist... Falls du Traitor bist, musst du versuchen mit deinen Kameraden alle Innocenten zu töten. Genau, und du siehst halt die anderen Traitor mit so einer... Ah, Koga und Niggi sind hier oben. Und wenn du Traitor bist, kannst du den Traitor-Shop öffnen, da kannst du dir Special-Items kaufen. Was ist denn mit der Spion? So, Niggi oben und Kurga ist oben auf dem Sinus. Also vielleicht machen die Traitor das mal ein bisschen Rücksicht auf Niggi nehmen, vielleicht vorher... Nö, alles gut! Okay, gut. Okay, siehs Traitor. Ja, genau, super! Das muss jetzt ja so sein. Hier für dich. Du kleiner, mieser... Ich würd vielleicht nicht so nah am Pass am Lager. So, Markus, Markus... So, und Hatebreeder ist das? Das ist... Das ist Mainstreamer und der andere ist wer? Das ist... Benni? Markus? Mainstreamer ist hier unten. Markus? Ich hab Angst, man die erschossen zu werden. Das sind viel zu viele Leute. Bei drei Traitern, das ist echt krass. Nein, es reicht nicht! Markus schießt! Nein, Markus schießt! Oh mein Gott! Das ist... Markus und das ist... Markus und das ist... Sein ist nicht kurz. Alles gut. Nein. Chris lebt noch. Ja. Chris lebt noch. Chris lebt noch. Rotes Haus und jetzt welche? Chris lebt noch? Ja! Glaubt ihr nicht. Ich glaubt ihr nicht, dass du noch lebst. Redet so. Ich glaubt ihr nicht. Ich glaubt nicht, dass du noch lebst. Ich glaubt nicht, dass du noch lebst. Ich hab auch nicht viel geschossen. Wir sind Zwillinge. Irgendwo. Oh, hier ist Karl wieder. Über was ich gefunden hab. Also wir sind jetzt zu viel. Einer von uns muss traiten. Ich bin bei Ben. Ich bin bei Ben. Ich bin zu 5. Der oben auf dem Dach, der alles im Auge hat. Okay. Wenn ich erschossen wär, dann ist derjenige, der mich euch nicht der Trailer. Das macht Sinn. So, Niki, guck mal auf. Ich glaub Ben ist es. Der zielt die ganze Zeit auf mich. Markus ist irgendwie schießwütig. Wir müssen wir mal aufhalten, oder? Niki, warum ist das so schade? Den müssen wir mal aufhalten. Weil ich runtergefallen bin. Ja, das ist... Das ist krass. Das ist... Das ist... Alter, einer ist so Traitor. Ja, das sind echt, wenn wir alle aufeinander schreien. Ja, jetzt müssen wir vielleicht 2 oder 3 so Traitor. Ah! Okay, wer hat das? Hallo? Er hat mich auch geschossen. Wobei ich sag, 3 Traitor sind bei 8 Leuten schon legitim. Ja, aber ich find trotzdem, wenn ich das ein Detektor... Aber 2 Traitor bei 8 Leuten ist super öde. Ja, aber der 3 Traitor ein Detektor... Wow, Alter! Also irgendeinen müssen wir jetzt mal erschießen. Ich würd sagen, wir erschießen jetzt mal denjenigen, der oben auf dem Turm steht. Also Luke. Das sind 2 oder 3 sogar. Oh Gott, einer? Lass mich runter, ich bin mal... Der wird geschossen. Der wird geschossen. Ja, Markus. Ja. Ich würd's mal eben nachchecken. Ich glaub, ich sollte bei Markus bleiben. Ich glaub, ich tüte dich gleich, wenn du beide mehr planst. Da oben ist alles easy. Also ich würd sagen, hey... Also Benni ist es, weil... Der hat schon die ganze Zeit so auf mich gezielt vorhin. Okay. Also der... Der war schon sehr... Also einer von euch, die sind alle, Alter. Woa... 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 Also ich schnö jetzt mal Benni ab, ja? Die Ere... Nein! Warum nicht, Alter? Der war vorhin schon, der hatte schon so auf mich gezielt wieder Schotts, Alter. Das ist Benni. Wer war es denn überhaupt? Ach da. Der ist hier mitten auf dem Platz. Mann! Wie ist die Flammen rein? Tyranaten, Alter. Das ist Narkus. Benni ist eh gleich tot. Also kann ich den auch abschießen, dann kann ich es von seinem Leid erlösen. Ich glaub, das ist Lukas. Markus? Meinst du? Hast du Beweise? Ne hab ich nicht, aber ich hab einfach nur das Gefühl Ja und ich hab halt das Bauchgefühl, dass es Ben ist Ja, aber trotzdem will ich jetzt nicht einfach random erschießen Ja, also das wär ja nicht random Ich will immer noch, damit ich mir euren Rahmen zu machen Also ich würd jetzt mal Ben erschießen Ich glaub ich erschieß dich, weil Wachen willst du jetzt Leute erschießen Herrgott, Alter Ich muss überhaupt nicht Ich schieß aber, guck was hier oben bei mir Alter Markus Ich hab Tim erschossen jetzt, also ich bin Traitor Das ist gut, warte mal, wo ist der? Marc? Der liegt da oben Wie kommt man da hoch? Weiß ich nicht Frag mal den Tim, ah ja, ist der tot Ist Mainstreamer? Ja, ist mir zu gehässigt Das sind nur Eigenschaften, die ein Traitor hat Ja, ja Wer? Wer? Also einer ist jetzt tot Hat irgendjemand den mal confirmt oder so? Markus ist 11 Ja, woher ich das weiß Was ist denn Markus? Ah, Mainstream, Markus, Prinz und Wer ist das denn jetzt so? Hallo, wer lebt noch? Ich wurde angeschossen Ja, ihr beiden seid's Alter Der andere ist Nee, ist es Oh mein Gott Oh Scheiße Nein Gott sei Dank Ich hatte gehofft, ihr seid alle tot Dann hätte ich einfach ausgesessen und die Traitor hätte mich nie gefunden Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin